Schaut Miraculous Ladybug im Disney Channel. Hallo Leute, heute erzähle ich euch etwas über das Leben als Ladybugs Heldenpartner bei Miaufgepasst, die Miraculous Heldenanalyse. Wenn man als Superheld einen Schurken besiegen will, dann ist ein guter Auftritt schon die helbe Mieze, äh Miete. Natürlich lässt sich Ladybug auch in dieser Disziplin nichts vormachen. Uh, wie aus dem Nichts auftauchen und jemanden retten? Klassischer Superheldenauftritt und die leichteste Übung für Milady. Auch sehr beliebt ist die Mischung aus Pose und Spruch. Tut mir leid, daraus wird wohl nichts. Ladybug! Sehr photogen, aber die Schurken dürfen es nicht kommen sehen. Soviel zum Überraschungseffekt. Den allerbesten Auftritt haben Ladybug und ich gemeinsam im Kampf gegen Miracle Queen hingelegt. In ihrem stylischen Dragonbug-Outfit kontrolliert Milady einen präzisen Ball aus Wasser. Der Miracle Queen trifft, aber unsere Heldenkollegen verschont. Ein perfekter Auftritt. Und den großen Cat Noir hatte sie auch noch dabei. Aber ein guter Auftritt ist noch nicht alles, denn ein Superheld in Paris zu sein erfordert immer wieder mal mutige Manöver. Und da fällt mir gleich eine Katastau-Liche Aktion von Ladybug ein. Elegant, einfach, effektiv. Maximale Haltungspfote. Äh, ich meine Note. Mit dem Schurken Glaciator mussten wir uns schon öfter rumschlagen. Aber so haben wir ihn definitiv nur einmal besiegt. Hat Pünktchen überhaupt einen Führerschein? Kataklysmus! Aber was ich nie vergessen werde, ist diese Aktion von Ladybug. Guten Appetit, T-Rex! Wer ist denn so verrückt und springt einem T-Rex ins Maul? Tja, für die mutigste Heldin von Paris, das Normalste auf der Welt. Mehr von Milady und mir gibt es nur im Disney Channel.